Der E-Sport ist ein Andro, ganz spannende Projekte, wir sind da hochgeführt und da haben wir einen schönen Platz. Ich bin der E-Sportlinger, der sich an der 1. E-Sportlinge anstatt Team 1. Ich bin jetzt hier dran, kannst du? Einfach nur. Danke dir. Kannst du, ein Stück rüber, gleich. Wenn du rüber gehst, ist es komisch. Vielen Dank. Ich bin der E-Sportling. 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 Und ich bin der E-Sportling. Ich bin der E-Sportling. Vielen Dank.